Oh, ich muss sagen... Okay... Wir können... Ui... Boah... Wir drehen noch und dann kommt er hoch, dann ist er lang genug. Ich dachte, er hat eine Startbahn von zwei Metern. Es geht riechend um, als ich aus einmal hab. Das ist jetzt nicht so. Jetzt kommt er raus. Ich mach nicht mehr. Wenn ich jetzt gerade ein Barsch-Ratourge mache. Der Text für die Karte nehme ich. Der Text für die Karte, und der Tag. Der Text ist nicht mehr möglich. Wer hat den Schrank gemacht. Der Text ist nicht mehr. Ganz auf das Stain. Scheiße, ich wollte das noch nicht haben. Das ist aber ganz schön knackend angehört. Ja, aber alles gut. Da ist auch viel nach oben alles gestaucht. Ui, zur Seite aber. Oh, jetzt sehen wir nicht. Ja, hier, oder? Ja, jetzt den weggerissen. Oh, 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 oh. Das macht Spaß mit dem E-Mails. Ich hoffe, dass der Tag gleich gesammelt, der Wind und dann... Ach, nee, weitergespast. Das war das.